Jamels Durchbruch kam in der letzten Saison, als er in mehreren wichtigen Spielen beeindruckte und seinen Namen unter den besten Nachwuchstalenten festigte. Sein Spielstil, geprägt von außergewöhnlicher Ballkontrolle, schneller Beinarbeit und einem scharfen Auge für Tore, hat Vergleiche mit einigen der größten Namen im Fußball gezogen. Die Begeisterung um Jamel hat dazu geführt, dass viele Klubs Interesse daran bekundet haben, das junge Talent zu verpflichten. Unser Ziel ist es, in der Lage zu sein, ähnliche Talente in unserem eigenen Klub zu entwickeln. Hertha BSC hat in der Vergangenheit einige bemerkenswerte Spieler hervorgebracht, darunter Bundesliga-Stars wie Arne Friedrich und Kevin Prince Boateng. Der Verein hat jedoch erkannt, dass die aktuellen Entwicklungen im Fußball bedeutende Investitionen in die Jugendakademie und Infrastruktur erfordern. Ein Teil dieser Initiative ist die Einführung neuer Trainingsmethoden und der Einsatz moderner Technologien, die den jungen Spielern helfen sollen, ihr volles Potenzial zu erreichen. Die Ankündigung kommt zu einer Zeit, in der die Bundesliga-Clubs zunehmend auf ihre Jugendprogramme setzen, um langfristigen Erfolg sicherzustellen. Die Konkurrenz um Talente ist intensiver denn je und Vereine müssen innovative Ansätze finden, um konkurrenzfähig zu bleiben. Hertha's long-term vision is to not only be successful at a national level, but also at a European level. This means that the club must invest in both discovering new talents and in their continuous development. The success of players like Laminia Mall shows how crucial a well-structured youth academy can be for the success of a club. Durch die Verdopplung seiner Anstrengungen in diesem Bereich signalisiert Hertha BSC, dass der Verein nicht nur auf den kurzfristigen Erfolg abzielt, sondern auch den Grundstein für die Zukunft legt. Es bleibt abzuwarten, wie Hertha BSC von seinen neuen Initiativen profitieren wird. Aber eines ist sicher. Die Entscheidung, sich stärker auf die Förderung junger Talente zu konzentrieren, wird sicherlich Früchte tragen. Und vielleicht wird schon bald ein neuer Name die Schlagzeilen dominieren, ähnlich wie es Lamine Jamal derzeit tut. Autorin Anita Farke, Montags, Juli 24.